Der Mieter hat gerade reingespawnt. Ja, ich glaube schon. Aber komisch finde ich dann trotzdem, warum die Grunts schon am Fressen waren. Weil die spawnen ja eigentlich auch woanders und gehen dann erst dahin, wo sie fressen. Weißt du, was ich meine? Ja. Der war auf jeden Fall nicht genommen, also hier war auch noch jemand. Oh! Oh! Okay. Wohl! What the fuck? Da habe ich jetzt beide umgelegt. Ja. Wow. Also ich hoffe. Die haben mir einen Herzinfarkt gegeben. Ich sage noch, hier war aber anscheinend noch niemand. Dann renne ich hier runter, sind die beide hier und schon mit Waffe in Anschlag, nicht erwartend. Alter Falter. Mein Gott. Ja, du löst, würde ich sagen. Hoi, hoi, hoi. Puh, boi. Du hast gerade geswitcht, deine Last Jam, oder? Yes. Was hatte der? Fire Town. Ja, Fire Town. Jawohl. Einfach Skin getauscht. Ja. Ja, den Fire Town Skin habe ich ja nicht, deswegen habe ich den jetzt eingebaut. Skabber, nee. Ja, wir könnten uns mal an den Ausgang setzen. Von welchen? Von der Näherin bei Chapel, oder was? Ja. Ja. Soll ich den Meathead hier noch machen, oder? Oh, was tut das? Nee. Wow, ja. Hier ist schon einer drin, glaube ich. Oh, okay. Oben, glaube ich. Rück mit der Wahrnehmung eines Gottes. Äh, 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 okay. Ja, ich gehe in Deckung und kriege den Hader, aber du kannst mich holen. Okay. Sollte auf der... Ja, block mich, block mich, bitte. Der nächste. Nein. Oh. Ja, oder nicht. Ich habe einen. Nice. Hier auf der Wand. Ja. Kannst du die... Wo ist der? Hier unten drin. Ah, ich habe ihn auch gehittet, aber nicht gekillt. Wo ist er? Er muss low sein. Ja, direkt hier unten war er. Hä? Er war hier drinnen. Der war unter mir an der Stiege. Ja, ich weiß, dass er drinnen war, aber ich sehe ihn ja nicht. Er ist wieder hier drinnen. Hat sie gepickt anscheinend in der Zwischenzeit. Eigentlich. Und... Anderes Team. Ja. Unten. Wirf's wirf. Oh Gott. Ja, warte, jetzt hol mich, hol mich. Ich glaube, der ist tot. Nee, ist er nicht. Ich glaube, das andere Team schießt. Ja, aber die haben ja gerade auf deine Position geschossen. Da war ein Balken, oder? Ja. Willst du denn? Okay so. Nice. Wie wollen wir ins andere Gebäude? Konzern. So finde ich gerade auf die Fesse alt. Die sind unten im Matsch. Ja, die kommen, ja. Hit! Den hinteren, glaube ich. Headshot getradet. Hol mich, hol mich, hol mich. Ah, du bist jetzt aber voll im... Ich bin jetzt voll im Freien. Soll ich dich holen oder nicht? Ja, 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 ja. Fuck. Der ist oben. Hast du den eh gesehen? Nee, ich hab einfach nur geschossen. Der ist oben, äh, erster Stock. Okay. Auf der Plattform, sozusagen. Weißt du, was ich mein? Ja, ich glaub schon. Da, hier. Da, hier. War er. Kurz. Jetzt nimmer. Der andere liegt noch, oder? Der andere müsste noch liegen. Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht schauen. Ich bin beschossen drin. Wow. Okay, hat er das gewusst? Rechter Ausgang. Die müsste theoretisch da unten liegen. Ich weiß nicht, ob er ihn geholt hat. Wo war er? Da am Eingang. Da am Fenster. Troppe mal runter. Beide ich auf der SME, wenn ich auf ihn schießen, würde ich sagen. Sicher so, ja. Auf dem Dach. Hit. Es sind zwei. Er hat ihn aufgehoben. Headshot. Nice, nice, nice. Hier müssen wir ran. Okay. Bei mir. Na. Schau mal. Nice. Schau mal, ob er ihn gepickt hat. Ne. Liegt's noch. Liegt noch. Piu. Oh, Bebe. Romero. Ja. Es gewinnt nicht immer der mit dem längsten. So.